hallo meine damen und herren herzlich willkommen wieder zu zwölf online nor song hier ist euer gemmy coogen doch auch mit dabei ja ich will erstmal wieder mal kurz mal ein bisschen die gruppe wechseln weil sie hat man jetzt eine lange zeit dabei gehabt und das eben auch meine kleinen mond schauen nahm wir nehmen meine weniger 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 immer die schmieden und die schmiedenden kinder da ist die schmieden und die kleinen mond schon gleich mal am anfang tut doch gut erstens muss ich aber die skills einfügen die hat einmal eine keule axt schlagring hat sie auch mein handy vibriert nein danke ja irgendwie die hat verzauberung nice okay passiv hat sie nichts was bei der ausrüstung gucken jawohl da hat man auch mal schon mal ein bisschen ausgerüstet nimm einmal das original outfit mal sehen was die hat da ich mag das dicht ja ein bisschen spaß muss sein obwohl ich hatte ja auch nachrichten das wusste ich gar nicht hurra mit dir wieder auf abenteuer zu gehen ist wir ein wahrgenommen wahr gewordener traum und ich denke diesmal werde ich keine komischen situationen verstrickten ich habe kein fliegen ich bin so aufgeregt ich werde dafür dass ich nicht mit dir in einer echten welt zusammen sein kann aber viel spaß mit dir habe es macht sehr viel spaß durch die luft zu fliegen juhu so etwas könnte man in echten welt nie erleben glaubst du dass sich so auf vögel fühlen kinderu hast du auch was ich muss ich muss vermuten vermutlich gar nicht fragen ja ganz anders alo mag ja auf sao basieren aber ich zum fliegen und magien nutzen zu können lässt sich neu an und anders auffüllen meinst du nicht ja die ganzen mails hier die ich hier reingekriegt habe von meinen ich sag jetzt mal net goobies ja dann hat ja auch eine schuluniform ja ganz normal so zwei teile welche farbe ich werde auf pink pink ist die pink lady bestimmt pink oder rot und hando brauchen wir ja nicht machen bis mal ja wie es aussieht ja hat man wieder mal recht so jetzt genug scheiße ich bin so scheiße über du bist du ja glüber ist nicht hier aber er hat mich dazu gebracht auch normal outfit los geht's ja bisschen ausrüsten gruppe bearbeiten sind sie mit die taro und los geht's wissen halt können wir ein event machen das würde auch mal langsam wieder zeit mal gucken da gehe ich noch mal rein die band war ja wenn ich mich auf um was mit dem sofa zu tun ja 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 mit die galerie ein paar bilderchen ein paar videoclips die ich ja leider nicht sein kann oder versagt ein davon nicht machen wir mal machen wir weiter so karte wohl lang muss ich okay da lang in hallo hast du schon ein quest geht schnell und einfach ja habe ich glaube ich stelle mich selbst in die arena auf die probe hallo winkt mir jemand zurück nein gut leckt mich doch meine presse dann wollen wir mal hier rein untersuchen das okay ich bin ich bin ich bin du ich bin ich bin ich bin ich bin es ist das ich bin ich bin ich bin Ja, sie ist meine Schwester. Stalker. Ich bin so ein paar Mal in der Unterkunft. Ich könnte das nicht anders sein. Ich bin der Kirito. Ich bin der Kirito. Ich bin der Kirito, der Kirito, die Kirito, der Kirito, ist. Jemo! Das war Rifa-chan. Ich habe so ungewöhnliche Geburt. Ich bin ehrlich gesagt, dass ich mich liebte. Warte, Rekon. Was ist das? Wahrscheinlich, ich bin nicht leicht, aber ich bin nicht sicher. Rifa-chan, Kirito-san. Ich habe etwas probiert, aber... Rifa... Hä? Was ist das? Kirito... Ja. Das ist das. Ah! Hey, Rekon! Ich bin... Oh Mann, der Typ ist einfach nur zum Riesen. Ja. Sieben gut, Freunde, das ist klar. Oh Mann, ey. Okay, jetzt muss ich mal... Ich bin froh, dass jetzt Silvertrack nicht hier ist. Der würde jetzt schon abkotzen. Okay. Ok, jetzt haben wir kein Ehre. Hier ist... Was ist die Frage? Der würde jetzt... Das ist die Frage? Oh. Oh. Ah! Oh. 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 und wir haben wieder eine mitteilung mal gucken was die nachricht sagt ja da muss rein nein da rein ok nicht tabu das tun der wir seid so toll keine sorge ich werde euch immer unterstützt so ich hab doch alles oder wisst mich immer ich werde hier gemoppelt ich wünsche ich könnte hier fliegen so was sagt die karte wohin müssen wir keine ahnung der stolz zielt darum lololololololol auch schön gemacht die stadt muss ich ehrlich sagen ich weiß silbert weggen mag die grafik nicht ich mag sie schon ich finde sie bin einem metall richtig ganz in einem metall gar nicht mal so schlecht ja ja bitte speichern danke ja im neuen jahr mit sport online nach batman ja bett man bin ich ja fertig mal kurz mal das thema wechseln und mit bett bin ich ja soweit fertig mag bin ich ja fertig mal gucken was noch viel so ansteht für spiele habt einige in aussicht mal gucken heute hast du fest habe ich doch alles gemacht jetzt gibt es andere aber einmal quest reich gemacht machen reicht ja da ist die waffen dings ich weiß jetzt nicht was man machen soll ich gehe mal kurz mal ins feld mal gucken vielleicht finde ich da irgendwas stimmt ja da war ja noch was ich kann mich erinnern in der letzten folge war mir doch warte wartet genau in die mitte und flieg fliegt so mann geflogen jawohl und scheiße hier das kommt ja ich vor für arme hier müssen heute nach da oder das war mit einem hammer auf dem kopf bist du bescheuert oder was jawohl nix da hier ich hau dir gleich mal mit einem hammer auf dem kopf ich bock mir sogar ein ja na wer hat mich hier verfolgt also dass ein monster so viel spawn bin ich richtig nice bin ich ehrlich also jetzt kommen die jahle jahre oder wart jawohl zack und so meine leute ich muss hier jetzt erstmal pause drücken grund ist ihr kennt das ich muss zweimal aufnehmen und die uhr sagt ja wär mal gut also wir sehen uns gleich ja warum tschau sorry mein fehler bis gleich ja da bin ich mal wieder ja so mit o ich liebe dieses sprichwort ja apropos sprichwort erinnert mich gerade an die freunde erst mal machen wir das und dann erzähle ich weiter hat mir das nicht schon ja das hat mir schon ich liebe wiederholung um das ja okay das heißt auf der karte gleich in der nähe gleich in einer haus super der nächste dann schon wartet freue ich mich hier was ich sagen würde liebe silber dragon hat schnauze hier meine fresse der hat sich dragon quest für die ps4 geholt und ich dachte da wird er nicht begeistert sein im gegenteil der super begeistert er meint das ist super kann man gut spielen und ich kenne das war nicht aber ich frage mich wie ist es vielleicht hole ich mir vielleicht werde ich doch letztes plan ich guck es mir erst mal an wir haben ja die ruine und falls ihr schon dragon quest für die ps4 kennt schreibt mir doch mal in kommentaren würde mich interessieren wie findet ihr das untersuchen konntar wieder ab wo kommt der karte wird kilder den ersten jüngsten da war man hat ihn in den 1.000 in den 1.000 hohe hohe haben naja klein du bist doch mal was geht was gut ich bin mal gespannt was dafür und da hätten wir fast in ruhe vergessen hallo halte ich will jetzt mal kurz kann ich jetzt hier ich gucke jetzt mal auf die karte geradeaus und dann werde ich mal rechts und link so schön 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 aber ich wollte jetzt gerade mal was anderes gucken und zwar im winter gegenstände da halt dran haben wir wieder ein bisschen was eingesammelt okay ja dann wollen wir mal augen auf meiten okay komplex oh ein schönes zweihandschwert mal gucken die lassen mich nicht rein die säcke alles kaputt hier ich war es nicht meine fresse juhu wir haben ein mechanismus und monster sagt doch wo klein sein 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 jetzt spiel mal eine runde hebel ausprobieren was hatte die davon ja nicht machen wir ich glaube mal so ich drücke jetzt male und die frauen können sich kümmern schatzruhe gefunden da ist noch nicht mal nice meins meins ein fluchtkristall das ist sehr schön hier schließt sich da bewegt sich monster aufgetaucht ja ja ich kann auch wenn man ja wie kommt ich jetzt wieder hier raus ich glaube jetzt ist noch fest scheiße er war doch keine gute idee jetzt alle auszubilden so veröffnet sich gott sei dank ich dachte schon ich sitze hier fest meine fresse lauf 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 so die eine statue beide haben sich bewegt aber ich will nehme den doch mal da rein haben wir denn da was die zelten aus schlüssel der macht das war hier meine meinte von 60 und mein handy britsche wieder juhu wort wird grüßen oder auf dem volumen war so tot tot hey könnt ihr mal woanders bauen hier ja so scharfe clown haben euch eingesammelt schlüssel der macht ich habe die wahl mal sehen was dafür uns ein boss erwartet und da haben wir misst pikes bruder schweinchen dick kommt hier sehr schön hallo ax werfen verboten hier wenn man muss mir fast erledigt jawohl mitten in der luft so macht man das glückwunsch danke jawohl wollte ich auch gehofft haben und somit haben wir den nächsten land schon fertig man geht was haben wir denn hier schönes der Schlüssel ist rostig wir müssen ihn ersäubern um ihn zu benutzen ok 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 dann ab dann ab zurück in die stadt und lasst uns mal ein paar infos sammeln auch vorher schön gedreht in der luft seite vor jetzt ok ja der legt die danschen sind sehr kurz hoffentlich dann noch länger das würde nicht freuen von von hier k wenn ich klappen die verdäutige willig und die beiden hoffen hier ok 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 r ja meine groupies halt die müssen bei mir sein und müssen um mich rumlaufen so ich sag aber wir fliegen jetzt erstmal zurück aber davor hole ich noch da oben haben wir wieder einen suchtpunkt und nun noch die waffen und so alles der und ab jetzt bleib stehen da ich will den scheiß suchtpunkt er nehmt mich doch ich komme los geht's wir wollen jeweils je bei dir und bei dir und bei dir da ist das portal wo sie meine ok funktioniert alles aber wo funktionierender wollte ich gerade mal was gucken ob kiki gitarre neue skills hat würde mich mal interessieren er kann jetzt auch eiskugeln verschießen los geht's und ab zurück zurück habe ich gesagt meine ich habe keine fresse dass die nicht mehr auf mich hören können nee 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 du aber ich glaube wir gehen erstmal da rein aber guck mal kurz auf die karte da ganz genau aber ich denke mal erstmal da rein du noch die sachen kurz ist ja wenn ich nicht gleich hier mich verlaufen ach ja gegenstände kuriosse katzenkralle volltreffer ja eimer wir haben meine lieben leute so schnell kannst gehen ich das ausrüsten machen wir nächste folge ich danke immer ich danke euch fürs zuschauen wir immer, wünsche euch noch einen schönen Tag, zockgut, euer GEMA, die QO ist raus, ciao.